Ja, hallo liebe Freunde und es ist mal wieder soweit eine weitere Game-Update-Woche, steht mal wieder bereit. Heute auch wieder mit Game-Updates von der letzten Woche und ein bisschen was von der vorletzten Woche, was ich so alles noch finden konnte. Fangen wir einfach mal auch direkt mit den ersten Game an. Und zwar mal, ich glaube das habe ich auch schon, Stuck at Home hat ein neues Update bekommen. Und zwar ist das jetzt aktuell, also wird von AeroHoney programmiert, ist aktuell ist in der Version 0.2.5c für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Change Logs, wir wollen mal durchgucken. Es sind mal wieder über 400 Lines und Dialoge reingebracht worden. Zwei Szenen mit Mom sind drin. Finally Implantate Sundays, also Sundays sind jetzt auch noch mit drin. Was haben wir dann noch? Edit a Backyard on the Minimap, also ein Backyard ist mit drin. Dann haben wir, ich suche nur das drauf. Ah, Edit a Hit Tool Type on the Last Heart. Okay. New Backgrounds, some old CGS. Und ein Working on a Minigame to help with loading. Aha, okay. Und ein Fix mit the second M-Scene not showing with Mom. Wurde auch gefixt. Stuck at Home, also von, ich habe den Fall schon vor, den Artist vorgelesen. Ero Honey, ne, entwickelt wird das nämlich von Moriano. Ach Gott, ja, der Artist hat aber mit reingebracht. Auch mal interessant, hätte ich gar nicht erwartet. Moriano. Ähm, Stuck at Home in der aktuellen Version. Auch ein neues Update verfügbar. So, Spooky Milk Saga. Habe ich das nicht? Ach, ich habe ein P vergessen, ne? So, Spooky Milk Live von Mango Mango und Studio Dingses haben ein, ist für, äh, für, jetzt, ah, ein Mensch, nochmal. Spooky Milk Live von Mango Mango und Studio Ginkiro. Äh, Ginkiro. Der ist aktuell in der Version 0, äh, 59, 4P für Windows und in den Sprachen Englisch. Ähm, hatte neue Change Logs gekriegt. Lasst uns sehen, was für Change Logs. New Story. Äh, Dennis News, Denny's New Story. Äh, she's worried about her weight, help her with an unusual training to get rewrote from here. Ähm, New Story of Missy. Missy, Missy, this is a great opportunity to help Missy with her house, with, with the housework. Okay. Ähm, new Characters sind mit Drenner Cora, Mandy und Kate. Und, ähm, Missy's Underwear. You can collect her underwear and watch the new age scene. Äh, another update, äh, coloring from some maps has been completed, äh, completed. Äh, enjoy the change atmosphere, ähm, and, äh, äh, TV-Challenge has been added. Das sind die neun Sachen jetzt von Spooky Muff Live. Äh, sollte man sich auch mal unbedingt angucken. Ähm, Spooky Muff Live hat auch so seine Fans auf alle Fälle gekriegt. Ist doch ein sehr interessantes Spiel. Ähm, hat mal wieder irgendwas so, ja, mal was ganz anderes wieder so dabei. Was ich auf alle Fälle sehr schätze. So, ähm, ich muss es auch mal irgendwann mal weiterspielen. Und zwar Randall Tales von, äh, Bones and Rins. Ähm, ich mag das Spiel wirklich sehr. Randall Tales ist ein cooles, äh, Adventure-Game. Muss ich mal unbedingt weiterspielen. Hatte ich aber bisher gerade nicht die Gelegenheit dazu, weil ich auch gleich hier auf das Game-Update, auf ein neues Game, auf ein Game-Update eingehe, wozu ich wieder ein paar Kommentare gekriegt habe. So, ähm, ist natürlich nicht gesensert. Das ist in der Version 1.4.1 plus, äh, 0.415 für Windows, Linux, Mac und Android. In den Sprachen Englisch. Und die Länge beträgt ungefähr 10 Stunden, kann man sagen. Ähm, das ist auch in der Beta und, äh, zwei neue Agents für Talia. Ähm, Patreon-Version has actually unlocked the Entry Gallery. Ähm, added Talia root, ähm, CGS on the gallery. Added, äh, six new tracks on which, äh, plays the main theme in the menu after finishing the game. Added a new interactive menu at home. Added a story option, retell to twing. Okay. Ähm, added a new mouse pointer. Add some missing lines, äh, reading, Thea when talking with her Uncle Pete. Und added, äh, added a sound when select things in interactive menu as a map or at home screen. Auch schon schlecht, nur so war auch immer wieder was reingedit worden. Und so, was haben wir noch? Added, äh, of Thea's image to the gallery. Ähm, paar Changes sind drin, Hotfixes sind auch einiges drin. Oh, I saw them remove, äh, remove, äh, Temporality cheats. They will back in the one of the next bugfix. Also, cheats gehen gerade aktuell nicht. Ähm, ähm, dann wurde noch, äh, reward an old Cynthia CGA in her first event. Okay. Ein paar Bugfixes wurden noch weiterhin betrieben. Aber es sind wieder auch ein paar neue Sachen drin. Ist halt gerade wirklich jetzt, also die, es ist aktuell in der, äh, 1, 4, 1. Aber in der Beta-Update und da sind halt eben dieses, deswegen dieses Plus, äh, 4, äh, 0, 4, 15. Das sind halt in der aktuellen Beta-Phase, hat er nochmal extra das dahinter geschrieben, damit man weiß, wie weit diese Beta-Phase bis zur 0, ich denke mal, dann, äh, 1, 4, 2 gehen wird. Randall Tale, cooles Game. Mochte ich sehr. War sehr unterhaltsam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aktuell gerade noch nicht so alt das Spiel, hat aber jetzt auch endlich sein Update bekommen. Und zwar konnte ich mir denken, dass das ziemlich schnell geht. Und zwar war das, äh, Honey Sun, ähm, Amelia, äh, Honey Sun Amelia from, äh, Huck Play. Hat jetzt auch einen Changelog gekriegt. Ist, wie gesagt, für, äh, Windows und Mac nur erhältlich in den Sprachen Englisch. Und der Changelog sieht darum aus, dass, äh, a new character, Stewardess, ist drin, mit Art, Animation und Age Scenes. New Location, Car Shop, new character, Gate. Ähm, drei Car Typen. New Uncle Ben Button implemented to asset player. In Chess, they run out money. Okay. New Sound Effects, new button to access map. Yep, das Spiel werde ich auf alle Fälle dann nochmal anspielen, wenn es richtig fertig ist. Habe ich mir überlegt, nochmal, ähm, Honey Sun nochmal, dann nochmal anzuspielen. Das wird nicht lange dauern, bis Honey Sun fertig ist. Honey Sun wird schnell durch sein. Ähm, und euch dann nochmal genaueres darüber nochmal erzählen. Äh, Emily to Reward Arts. Okay. Interessant. Also auch das ist wieder weiterentwickelt worden. Mit Autos. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch alles rauskommen wird. Ich war ja auch am Rätseln in der aktuellen Version, war ja nicht viel geboten, außer die erste. Aber was da noch alles rauskommen wird, hm, mal abwarten, abwarten und Tee trinken, sage ich immer. Heil Dictator hat es auch mal wieder geschafft, mal wieder ein weiteres, ähm, Update rauszubringen von Hashi Games. Ähm, gibt es, äh, ist ja das aktuell in der Version 0, 581, Windows, Mac, Linux und Android. Eat in den Sprachen, Englisch, German, Portugiesisch und Google, Translated, French, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, äh, Chinesisch, Simplified, Japanisch und Italienisch. Meine Fresse, das Ding hast du fast in allen Sprachen rausgebracht, ey. Okay, so, in der 0, 581, äh, 202 neue Rinderungsszenen mit 600 plus with Animations, acht neue Animations, ähm, also die Zeiten da drin, ne? Acht neue Animations, äh, 15 neue Age Scenes, äh, hier wird noch beschrieben, was genau, ähm, Main and Side Story progression, äh, Added Sheet Button to Hazels Laptop, to, äh, äh, equivalent, googelt, ähm, Mistranslation Password, fix some, äh, type uns and name, mix up und, ja. Und dann natürlich noch auch Galerie Fixes betrieben worden, L-Dictator, auch mal reingucken, mal wieder, muss ich irgendwann auch mal machen, aber da warte ich noch ein bisschen, da sind wir jetzt schon auf der Halbzeit gerade durch. Ich glaube, ab der 08 Version, also 080 werde ich mal definitiv nochmal in Heil Dictator reingucken und sehen, was sich dort so alles gegeben hat. Das wird auch wieder ein Spiel werden, da kann ich wieder ewig lange sitzen und zocken. So, The Lodge hat's auch wieder mit einem Update geschafft. Also, 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 Aseli, äh, nee, Alesi, der bringt wirklich auch häufig Updates, also wer so Lodge mag, wird sich freuen, gerade hier bei, äh, Alesi sehr, sehr viel, äh, Updates zu bekommen. Der ist jetzt schon in der Version 2.8b, äh, für Windows, Mac und Android, in den Sprachen Englisch. Der, der updatet wirklich auch ziemlich oft, also, na, auch wenn wenig drin ist, aber seine Updates folgen immer weiter. Fix Alesi Garden Freeze, äh, Fix Closing Store Timeline Error, Improve Version Jump und Bugfixes. Also, er, er fixt seine 8er Version weiter, also 2.8 Version weiterhin durch, aber er kümmert sich wirklich sehr intensiv um sein Spiel. Zwar kommen sehr viele Bugfixes und sowas alles, aber er geht da sehr intensiv drauf ein. Ähm, finde ich immer ganz cool, wenn die Entwickler auch die Bugfixes berücksichtigen und selber ihre Spiele, ähm, dann nochmal fixen, damit sie halt besser spielbar sind, weil nichts magst du mehr, als wenn du dann eine neue Version auf deinen, äh, Spielplan drauf hast. Du gehst sie dann durch und du hast dann lauter Bugs drin oder hängst dann oder freeze in einen Bildschirm rein. Da finde ich es immer ganz schön, wenn sich drum gekümmert wird und das Spiel, ähm, weiterhin gefixt wird. So, jetzt können wir mal, ich persönlich mag es, ihr persönlich, ich weiß, bei euch ist da eine, ähm, eine geteilte Aufmerksamkeit, und zwar Koropo Live von Koropo Live Death. Ich persönlich, er hat wieder eine Umfrage wieder gestartet und zwar, äh, which girl is better, Remo oder Karen? Äh, the rich CEO Daughter or your girlfriend? Und, ähm, ja, da läuft gerade die CEO Daughter doch ein bisschen höher an. Aber es gibt Bugfixe, äh, gibt mal wieder ein bisschen was. Also, wie gesagt, äh, Chapo Live sind die Deaths, ähm, ist eine Sensor-Version, weil, äh, er benutzt Sachen aus Japan und Japan zensiert ja ganz gerne auch mal, ist aber nur für Windows erhältlich und in den Sprachen Englisch und ist ein HTML-Game, muss ich auch noch dazu nochmal erwähnen. Change Logs, ähm, und zwar, ähm, hm, okay, ähm, in der neuen Karen's Pregnancy and her Mom Visit, was? Wie hätte ich das denn reingekriegt? Ähm, Bugfixes, dann, ähm, at the right side, äh, user bar, bla bla bla, Karen Pregnancy, all marriage editing, echt? Kann ich mir vorstellen. So, äh, das wäre ja was. Ähm, Yuna Shimiya Morning Scene gibt es auch noch mit dazu. Äh, Introduction to Yuna Shinoda as Karens Pregnancy. Okay, ähm, sag ich mal jetzt nichts dazu. Ähm, das ist dann die Mutter. Ähm, genau, und eine neue, äh, neue Modell-Szenen sind mit drin. Echt, das gab es in der 014er-Version schon? Ah, Rainbow hat das auch? Krass, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es da sowas gibt, ey. Krasse Sache, muss ich, ich hab, ähm, ich werd mir das Update mal in der nächsten Zeit reinziehen. Chapeau live, da muss ich unbedingt spielen. Äh, ja, ist, ist so, ist so mein Ding. Mag ich gerne, spiel ich gerne, find ich gut. Wie gesagt, hab ein paar Tipps mit reingegeben, was man noch ändern könnte, aber, ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, ich mag das Spiel. Genauso wie dieses, Quickie Love Story Hotel, äh, Love Hotel Story von Opai Games. Äh, auch wieder super gutes Spiel, aktuell in der Version, ähm, vor, äh, 033.1. Für Windows, Mac, Linux und Android, in den Sprachen Englisch. Äh, wir haben hier ein paar Changelogs drin, und zwar gibt es, äh, Fixed Professor, Beltam Complete Steam Achievement, ah ja, das Spiel soll ja auf Steam jetzt auch erscheinen, Achievement, Not Trigger for some case, ähm, for players who have already finished, but, äh, okay, die kriegen jetzt ihre Achieve Awards. Also, wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch auf Steam, Quickie Love Story Hotel, ich weiß nicht, für jede, für jedes Land mal wieder nicht erhältlich, ähm, aber wie ich gelesen habe, sollte auf Patreon-Version noch möglich sein, ein Steam-Key zu bekommen, sollte mal raufkommen. Ähm, und, ja, da gibt es, wurde jetzt gefixt, dass der, dass die Achievements Trigger, auch für Steam. Du könnt ja auch Achievements eigentlich einsacken, die ihr lange euch erspielt habt und euch sehnsüchtig herbeigesehnt habt, damit ihr sie mit eurer Steam-Community teilen könnt. Äh, ja, ich liebe es, manche verschwinden dabei in den Erdboden, ich sage auf alle Fälle, warum nicht, ich find's cool. So, ähm, dann haben wir noch, äh, Wizard Adventures, auch ein gutes Spiel. Ich mag Wizard Adventures auch, hat auch wieder so einen Style an sich, der so passt einfach. Weiß nicht, warum. In letzter Zeit, muss ich sagen, April Panda, auch mal wieder was rausgebracht, äh, jetzt in der Version 0.1.33 für Windows, Linux, Mac und Android, in den Sprachen Englisch und Russisch. Aber cooles Game, mag ich, schönes Spiel, freu mich immer wieder, wenn es dann wieder auch ein neues Update gibt. Und zwar Continue of the Story with Amelia. New Age Scenes with Amelia, Age Scenes with the Maid Costume and with Amelia und Fixed Era. Sehr schön, kleines, aber knurzes, knappes, feines, schönes Update von Admiral Panda. So, sehr schön, weiter so, freu mich immer wieder. So, der nächste Kandidat ist mal wieder irgendwie ein Durchknaller gewesen, ich weiß nicht warum. Aber ihr Leute, fragt ja dauerhaft immer wieder danach. Obwohl jetzt ist der Hype langsam auch schon bei Ezekiel's Bordell wahrscheinlich schon verflogen. Aber es gibt mal wieder ein neues Update für euch alle. Und zwar, auch von meinem Volver Ezekiel's Bordell, ist natürlich für Windows, Linux, Mac und Android erhältlich. Change Logs, wir haben mal wieder eine neue Dame mit drin, ähm, edit, äh, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Lukoah. Das ist, äh, Miss Kobayashis Dragon Ball, nee, Dragon Mate. Miss Kobayashis Dragon Mate. Frag mich nicht, ich könnte euch nicht sagen. Die ist auf heute für die jetzt noch mit drin, ne? Und, äh, Fixed Typos. So, also, äh, wieder noch ein paar Sachen hier. Fixed. So, wieder neue Dame mit dazugekommen. Das Ding füllt sich auch immer mehr. Wieder ein Game auf meiner Liste, was irgendwann mal wieder so auch wieder gezockt werden muss. Ich hab's mir runtergeladen schon, die neue Update davon. Weil auch das ist für mich so ein Spiel, was ich gerne mal spiele. Lucky's, äh, Lucky Paradox, ähm, von Storier, äh, Storier. Ich mag das Spiel auch, wieder aber auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, ich weiß, der Artstyle ist auch wieder eine Geschmackssachenart an sich drin. Aber ich find's trotzdem echt schön und es ist aktuell in der Version 086 Beta in den Sprachen Englisch und Spanisch für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android. Weißt ja, ich mag das Spiel einfach. Irgendwie hat's mir was angetan, was mein Herz immer so erblühen lässt. Sei es die Grafik, der Animationsstyle, sei es der Artstyle. Weil, ich weiß nicht warum, aber irgendwie immer, wenn ich das, ähm, wenn ich Lucky Paradox spiele, ähm, hab ich Bock, sitze ich dran, spiele ich das Spiel auch meistens fast durch. Und wir haben mal wieder, ähm, neue, 180 bis 210 Minuten of new content. Uh, sehr schön. New event and add on, äh, äh, vier neue Events add on the gallery. New Liz Hack Story content. New Sasha Hack Story content. Uh, ähm, two new events about Lucky's past. Oh, das ist mal interessant, da freu ich mich schon drauf. Ähm, was haben wir denn, äh, new growth potion event for Sasha, new growth potion event for Liz. Dann wieder eins für Sasha, noch eins für Liz, das sind, ah, okay. Äh, aha, 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 new location, okay. Äh, Nastika, the Night Cafe. Okay, new interaction with Bonnie and Nastika. Ja, die muss auch irgendwie neu dazugekommen sein. New interaction with Liz in the museum. New interaction with Sasha in the room. Und, äh, more details for character profiles. Hm, seven new sound effects. Äh, a better manual patch update. Perfekt. I like it. Ich mag's. Ja, ich weiß, ich, ich bin nicht alleine, das weiß ich auch, aber ich weiß, dass einige Leute da auch ihre Abneigung haben. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, was ich jetzt letztens wieder gespielt habe. Und, äh, für alle Leute, die sich, äh, wundern oder jetzt als nächstes mal ein bisschen rumgucken, ähm, Story in the Time von Age Release hat ein neues Update gekriegt. Also, ein neues Update und ein neues Hintergrundbild bekommen. Wundert euch also nicht, wenn ihr mal irgendwie euer Yahoo-Out eröffnet und da ist ein anderes Bild drin, ne? Ähm, das Cover-Bild wurde geupdatet. Sieht auch schöner aus, sieht auch besser aus. So, wir sind jetzt in der 042 für Windows von Age Release, das Game, ähm, für Windows, Linux und Mac. Und ich bin in den Changelogs, äh, also besser gesagt, hab mir die paar Sachen jetzt angeguckt. Also, es gibt, ähm, ich wurde ja darauf angesprochen, ob es mit der, mit der, äh, Schwester eurer Nicht-Mutter, Mutter, ihr wisst, was ich, wenn ich meine, die Gartners, ähm, die Familie Gartner, in der ihr ja eigentlich drinnen seid, ähm, ob es da keine Age-Scene gibt, weil derjenige nicht weitergekommen ist. Ich hab das Spiel gespielt, hab, äh, bei Kate auch die Age-Scene freigekriegt. Es gibt, glaub ich, nur eine. Ich bin noch nicht da, ich bin da noch nicht ganz hintergekommen. Ich bin da gerade noch im Überlegen, ob es mit der Mutter auch noch eine gibt, aber bisher hab ich sie nicht gefunden. Ähm, habe mich, äh, es gibt bei der Mutter neue Art-Styles mit dazu, die sehr gut aussehen, auch ein bisschen frischer. Auch für Lil ein neues Art-Style mit dazugekommen. Für Jill gibt's auch eins, und zwar im Zusammenhang mit Mia. Ähm, dann hab ich jetzt, äh, bin ich gerade dabei, den Story-Content ein bisschen weiterzuspielen, weil ich sehen will, ob es in der Vater-Story weitergeht. Ähm, ich bin gerade noch dabei, die, ähm, andere Familie gerade kennenzulernen. Also wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr auf, ich sag mal, 60 Prozent, weil ich das Hotel durchhabe. Ich habe, also das Hotel ist eigentlich soweit alles fast abgeschlossen. Ähm, da fehlt mir eigentlich nur noch, was fehlt mir denn da noch? Ne, da ist alles eigentlich soweit abgeschlossen. Ich bin jetzt gerade dabei, auf die, die beiden anderen Familien rüber zu gehen. Einmal die Best-Friends-Familie, ähm, ob da eine neue Age-Style noch mit dabei irgendwie reingerutscht ist, war mir aber bisher der Fall noch nicht so. Und jetzt gerade bin ich aktuell dabei, in der, in meiner aktuellen Spielversion, ähm, die richtige Familie, die ja auch noch zu eurem Vater mit dazugehört, ähm, gerade, oder die bessere, die richtige Mutter, ähm, kennenzulernen und jetzt da die ganzen Geschichten aufrollen zu lassen, um zu gucken, ob sich da noch was verändert hat. Ähm, sonst in der, sonst, gut, ich überlege gerade, ja, es gibt ein interessantes Event, das hatte ich vorher noch nicht gehabt. Ihr müsst mal im Bereich, ähm, in den Fotoshootings, ihr könnt ja Fotoshootings als Models machen, ähm, da müsst ihr mal nachher die, ähm, die, die, die Geschäftsführerin des, äh, Sexshops, müsst ihr mal zu dem Fotoshootings mitnehmen machen, denke ich mal, die wenigsten. Und, ähm, dort wird eine sehr, sehr interessante kleine, äh, Sache auffallen, die ihr dann mal machen könnt. Ähm, spoiler ich aber noch nicht, aber ist sehr interessant, sehr interessant. Ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen, solltet ihr aber mal machen. Ich weiß nicht, ob es neu dazu gekommen ist oder nicht. So, auch ein Kandidat, der bei mir auf der Liste steht und bei mir irgendwann auch noch mal durchgezockt werden muss, äh, Space Journey X from, äh, iV, äh, JV, der, äh, jetzt schon in der aktuellen Version 0.9C1 ist, für Windows, Linux und iOS, ne, OSX, iOS soll das, glaube ich, heißen, in den Sprachen Englisch. Und ich gucke mal in die Changelogs rein, ähm, eigentlich nicht viel, äh, fix, nein, Public, Fiver, äh, Fiver Dialog Crash, den hat er gefixt. Und ich hatte ja auch so 0.9, die ganzen Changelogs, ja, schon alle vorgelesen. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ui, 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 also Space Journey X werde ich mir definitiv als nächstes irgendwann auch noch mal reinziehen. Ihr seht, meine Liste ist lang, meine Liste ist breit und dazu muss noch nebenbei Zeit sein, auch noch neue Spiele zu spielen. Im Moment ist aber der Markt ein bisschen flach und mau, aber ich gucke mich da mal demnächst mal rum. So, Klee Prank Adventures hat auch ein Update gekriegt von, äh, Pink Monchi Dango, ähm, ist in der Version 1.1.5, auch sehr unterhaltsames Spiel. Gerade die Prank-Mechanik ist sehr, sehr lustig. Bisschen, also sehr interessant, das kleines Adventure, macht Spaß auf alle Fälle. So, Windows für die Version Windows, Linux, Mac und Android, Macs, ja, Mac und Android. In den Sprachen Englisch, da kommen natürlich auch gleich ein paar Changelogs mit rein und ich glaube, ich kriege gleich Besuch hier, oder? Ne, hoffentlich nicht. Ne, sieht nicht so aus. Oh Mann, jetzt wird die hier schon an den Schleim verwandelt. Die hat es auch wirklich nicht einfach. Oh mein Gott. Ähm, dann gibt es eine neue Version von Gosa. Ähm, von Icaro. Der hat auch eine Umfrage gestartet, ob man das Spiel als HTML oder Open Web GL haben möchte. Ich würde da eigentlich sagen, nee, lieber als Download, aber das ist jeden seine eigene Entscheidung. Könnt ihr abstimmen mit dazu. So, ähm, in der Version 0.49.1, Windows, Linux, Mac, Android und iOS. Das sollte bestimmt auch vorhin iOS heißen. Ähm, manchmal kommen da die lustigsten Sachen zusammen. So, changelog, story communication, um, upcoming entering Main Street and you get a new quest. Ähm, process, äh, continuation, continuation about with Kanin. So, ähm, dann haben wir noch, äh, town accessions, äh, uni location has been moved on the Main Street, downtown Main Street, downtown Stairs Street and downtown Main Street. Also, da gibt es einiges Neues dazu. So, dann denke ich mal, war es das jetzt für heute? Ich habe euch, denke ich mal, hoffentlich genug vorgetragen, genug erzählt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit einem weiteren Game Update. Also, bis denn. So, the capabilities. We oftentimes bad.